hallo schön dass ihr wieder mit dabei seid heute gibt es kein backrezept kein backvideo von mir sondern ich habe euch ein paar impressionen mitgebracht ich war nämlich gestern am sonntag dem 28 mai in dortmund in der westfalenhalle zu cake and bake ja und ich habe für euch ein paar wirklich nur ein paar impressionen eingefangen denn manchmal wenn es voll ist dann kann man nicht so gut filmen oder man vergisst es einfach ich habe ein paar youtube kollegen getroffen und dann habe ich die kamera da mal beiseite gelassen und meine freundin isaboh hat mich begleitet die kennt ihr bestimmt alle wenn nicht ich verlinke euch den kanal hier oben auf jeden fall mal sie hat nämlich für mich die kamera frau gespielt sie ist ja voller profi in dem was sie da tut ich habe ja nicht so viel ahnung vom vloggen oder film außerhalb meiner küche aber schaut unbedingt mal bei ihr vorbei und ja das video ist sehr kurz ich weiß aber manchmal hat man nicht so ganz die möglichkeit wenn es zu voll ist und man einfach nicht viel von den ständen sieht oder so dann hat das ja auch keinen sinn aber ich muss sagen es war diesmal viel viel angenehmer habe ich das gefühl gehabt oder so empfunden wir konnten wirklich wir haben sitzplatz bekommen als wir was trinken wollten wir konnten in ruhe uns die stände angucken man ist schnell dran gekommen also es ist wirklich nicht so gewesen wie vor zwei jahren da habe ich gedacht da fährst du nie wieder hin weil es einfach zu voll war und man nur geschoben worden ist ich habe ein paar youtube kollegen getroffen die auch backen das hat mich sehr gefreut und wir haben ein bisschen gequatscht deshalb sind die impressionen leider nicht so lang geworden beim nächsten mal werde ich auf jeden fall viel mehr film das verspreche ich euch aber diesmal war es ein bisschen kürzer weil wir einfach den tag auch genossen haben mal ohne kinder über die messe zu laufen mal ganz befreit von allem das war auch sehr schön aber ich denke ihr könnt euch mit den kommenden aufnahmen auch ein klein kleines bild machen und ich wünsche euch jetzt viel spaß beim video und bis zum nächsten mal tschüss tschüss Wir sind jetzt hier in einer großen Arena und wir nehmen das Wetter auf jeden Fall. Ja, gerade ein bisschen Wind. Ich hoffe ihr versteht mich, ich bin voll erkältet. Ach egal. Geh. Sechen für Steady ground, a place to settle down. No reasons left to find, one day I'll change your mind. And it won't come easy, but I know it's worth a fight. Und ich werde mit dir gehen. Wir sind fertig mit der Backmesse, wir fangen jetzt nach Hause, es war sehr schön. Und ich werde mit dir gehen.